ja hier wieder beim quali und zu einer neuen runde bald das geht rein so was machen wir heute ich sag euch was wir machen ich sag euch jetzt erstmal dass ich meine wir sind an derselben stelle wo ich in der letzten folge raus gegangen sind aber ich habe den part zwischen der befreiung von hals ziehen und diesem part hier bis hierhin noch mal neu gespielt ist eigentlich alles genauso gelaufen wie bisher auch sein dass das mikrofon ein bisschen lauter geworden ist ja ich weiß es nicht also ich habe es noch mal neu gespielt mit der begründung mir ist eingefallen im goblin lager gibt es einen händler und wenn ich hier jetzt irgendwie alle goblins abschlachte dann kann ich nicht mehr mit dem handeln und der hat coole sachen ich zeige euch mal was hier astarion hat inzwischen eine neue stiefel bekommen hat er vorher nichts angehabt der kann jetzt 1,5 meter weiter springen und hat akrobatik plus 1 und shadowhard hat eine neue handschuhe bekommen und die machen zwei schaden mehr für fernkampf angriffe und sie hat jetzt war sie vorher glaube ich auch schon langbogen und kurzbogen geübt und ja ganz nett ich glaube hier sich nichts geändert genau jeder nebelschritt habe ich auch weitergegeben die beiden items habe ich glaube ich geholt ja und dafür musste ich das ganze halt noch mal neu spielen erst mal raus laufen mit dem händler die sachen alle fit machen dann wieder rein alle goblins platt machen und jetzt sind natürlich die goblins die jetzt draußen sind also bevor wir in das lager reingehen sind dann auch welche draußen unter anderem auch der händler die werden jetzt wenn wir rausgehen feindselig sein und uns angreifen weil wir haben jetzt die drei anführer ja getötet der händler hatte auch noch einen coolen hammer der macht einen schaden weniger als unser hammer dem wir jetzt haben aber hatte einen coolen zusatzeffekt aber den konnte ich mir leider nicht leisten der war zu teuer weil das ganze gold was wir jetzt hier haben das haben wir ja erst gekriegt dadurch dass wir die ganzen leute getötet haben also soweit als erklärung jetzt sind wir hier in diesem tempel ding und hier ist ein schieberätsel auf dem boden ich hasse solche dinge und ups mal gucken ob wir das hinkriegen hier man muss die glaube ich alle irgendwie einheitlich hinschieben jetzt haben wir das nämlich hier symmetrisch und hier geht dann das ganze auf und wenn wir noch mal hier schauen wir sind auch fast auf einer neuen level also läuft alles läuft alles so jetzt schauen wir mal hier soll es ja den night song geben hinab klettern ich hoffe das mit dem ton geht jetzt sowieso die ausschläge hier im obs sind ein bisschen komisch ja wird wohl irgendwie hinnahmen so wir können eigentlich mal hier weil wir uns mal wieder in einen genom verwandeln was ist denn das aufheben ähm ölfass zack anlager das können wir schon irgendwann mal verwenden so astarion muss wieder muss wieder türen öffnen 20 das geht für das tabel tü 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 hallo leutz aufheben und das ölfass kriegen wir auch ans lager irgendwann werden wir diese fässer mal benutzen hier ist eine kiste da ist noch eine truhe helm des niederstreckens stärkere stärken des niederstrecken wenn du mit einem niederstrecken zauber einen zustand bewirkst erhältst du temporäre treffer punkte in höhe deines charismamodifikators hm was auch immer ein niederstrecken ist das ist eine geheime tür mehr ölfässer mehr ölfässer entschärfen und bitte schloss knacken auch läuft leuchtende rüstung strahlende schockwelle wenn der träger gleißenden schaden bewirkt verursacht er eine gleißende schockwelle bewirkt im radius von drei meter leuchtkugel können die nicht einfach leuchtkugel die betroffene kreatur erhält für jeden verbleibenden zug minus 1 auf angriffswürfe das ist ja geil sorgt außerdem für helles licht im bereich um sie das heißt wenn ich jemanden mit gleißenden zeugs angreife kriegt der minus 1 auf angriffswürfe für jeden verbleibenden zug was ist denn zug minus 1 auf angriffswürfe also das kann potenziell relativ cool sein weil wir bei bei den klerikern ich weiß gar nicht ob man das hier bei shadow hat wir haben sie ja auf so einen heilungskleriker gemacht hier gibt es ja zum beispiel hier das lenkende geschoss aber es gibt später auch so weit ich das weiß auch noch viel mehr gleißenden schaden bei den klerikern also könnte das für eine coole rüstung für shadow hart sein habe ich das jetzt eigentlich mitgenommen? habe ich es mitgenommen? ne habe ich nicht so hier ist noch eine holztruhe betrank des gedanken lesens und ein gegengift sehr schön sehr schön sehr schön da ist auch noch eine da ist noch eine truhe hier ne holzkiste da ist noch ein diebeswerkzeug drin alles klar so das hatten wir schon glaube ich ne da ist eine fackel so was haben wir hier eine feuerschale hier sind noch fässer mit wasser glaube ich aufheben 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 nicht möglich einmal ins lager das kriegt shut no heart kann sie eigentlich auch jetzt schon anziehen weil es ist genau gleich glaube ich wie das auswählen ist dann dein nachteil bei heimlichkeitswürfen weg ja muss man direkt mal anziehen ach ja ich glaube es genau die hatte ich auch noch gekauft hier die stiefel des beistands wenn der träger sein ziel heilt kriegt er drei temporäre trefferpunkte also ja so das geht auch ans lager so will kann nicht umgehen mit mittlerer rüstung ne will ist irgendwie auch irgendwie ich weiß nicht also dieser dieser zauberer slot macht es mir echt schwer in diesem spiel ne sind alle irgendwie unzufähig so haben wir geschafft hier so was gibt es hier noch schönes unten hier ist noch so ein schönes fass aufheben ich habe mich erschreckt jetzt ein Weg zur Redemption oder ein Weg zur Veröffentlichung schwer zu sagen für eure Reise ist nur das beginnt was what would suit the occasion hmm the words to a lullaby perhaps the mouse smiled brightly it outfoxed the cat then down came the claw and that love was that they do know how to write them in Cormier don't they well met I am Raphael very much at your service hmm hmm charmed I'm sure in more ways than one we should have a chat you and I but not here this quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes come hmm hmm the house of hope where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly go on partake enjoy your supper after all it might just be your last call it a ninth sense huh what's better than a devil you don't know a devil you do am I a friend potentially an adversary conceivably but a savior that's for certain because my compassion is boundless I stride among the needy giving comfort where I can and your entire need one skull two tenants and no solution in sight I could fix it or like that hmm and what is madness but a denial of reality still I have a feeling you change your mind before it's changed for you try to cure yourself shop around beg borrow and steal exhaust every possibility until none are left and when hope has been whittled down to the very marrow of despair that's when you'll come knocking on my door hope such a tease hmm I've always wondered what a laughing mind flare sounds like all those pretty little symptoms sundering skin dissolving guts they haven't manifested yet have they one might say you're a paragon of luck I'll be there when it runs out hmm ok I don't know what I think I don't think I don't think but it's not a teufel a teufel they are like we that wills sache gemerkt haben nicht die angenehmsten zeitgenossen love the rummage hmm hmm dann hier raus auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Waffen how delicious a little souvenir hmm mysteriöse gestalten wirklicherweise draw wow und im süden statuen in form von draw gesehen aha okay hmm noch ein noch ein logbuch box upps hätten den sichtungen der draw mehr betrachtung schenken sollen hätten wissen müssen, dass sie nur vorboten waren dumm zu glauben wir hätten sie überteufelt dies ist mein letzter eintrag So, jetzt haben wir hier so'n... Ah, hier haben wir noch Jute-Säcke. Ne. Jetzt sind wir hier doch genug. So, hier könnte man noch nach oben. Ah, hier ist noch ein Fass. Oh, was kommt da? Oh, was kommt da? Time to die. More effort than a pitt of spikes. Credit where it's due. Der ist irgendwie hier von so'ner, so'n Zeug erschossen worden, ne? Okay. Okay. Nieten-Schlüssel. Schwere Armbrust, ne Fackel. Okay. Okay. So, hier haben wir noch reingucken. Oder haben wir da schon reingeguckt? Ich glaub schon, ne? Ich glaub, Shadow hat das da eben reingeschoben. So, also da wir hier den Wegpunkt haben... Nehmen wir mal zum Lager zurück. Also nicht nur, weil wir den da haben, sondern einfach nur so. Ach, guck mal. Der Dichter ist da. No one's stopped me yet. These boots have seen everything. Oh, wenn Karlach kurz quatschen. Can't believe that devil just took us into the hells with a snap of his fingers. If I see him again, I'll ring his neck. Hmm? I knew I liked you. Raphael was his name, right? He's trying to lure us into a game he knows we can't win. I'm not playing. Glad you're not either. Wir müssen noch mit ihr mal zu dem Schmied, weil wir haben ja Infernalis Eisen gefunden. Something's on my mind. Yes, my friend? I was just settling in and reviewing my latest findings. Mindflares, cultists and, of course, your esteemed company. Finding is my job, my friend. If there's anything in the world worth knowing, I assure you. I do. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halston had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see you up close. Hmm. Ja, wir müssen gleich mal zurück irgendwie. Und, ähm... Halst sie noch mal Bescheid sagen, glaube ich, dass wir... Ähm... Die alle getötet haben. Aber vielleicht ist der auch von selbst aus ins Lager gegangen. Gehen einfach gleich mal zurück ins Lager. Hmm. Hmm. As a matter of fact, I do. But why do you? That's quite impossible. You'd have undergone Seramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flare. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flare by now. Oh, you! You! Infected by a mind flare! Flare! Huh! Ridiculous! Isn't it? Hmm. 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 Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear, sweet, God! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars however. Give me a bit of time and I'll have this little issue sorted. Oha. Okay. Der Wade mit den neuen Leben, 30 Lebenserfahrungspunkte. Wohl hat sich an in deinem Lager zu bleiben. Es könnte sich jetzt nützlich erweisen, einen gebildeten Gelehrten in der Nähe zu haben. Und was haben wir gekriegt? Wir haben eine Jacke des Wohlwollens gekriegt. Eine leichte Rüstung. Wenn du einen Verbündeten mit badischer Inspiration inspirierst, erhältst du vier temporäre Trefferpunkte dazu. Ja, wir haben keinen Baden. Aber vielleicht kriegen wir ja noch einen. Wer weiß. So, und was ich auch hier jetzt herausgefunden habe. Hier kann man mit Gesprächspartnern handeln. Das ist nämlich extrem interessant. So, was hat er denn hier? Dimensionstor. Schutz vor Energie. Totstellen. Gesegnete Gnade. Wenn du einer Kreatur heilst, erhältst du zwei Züge lang einen Bonus von 1d4 auf Angriffswürfe und Rettungswürfe. Nehme ich. Also das klingt gut. Ähm... Heiltränke würde ich auch ganz gern haben. So, und dann kriegst du mal das ganze Zeug hier, was ich hier eh nicht brauche. Ähm... Säurefiole. Und das können wir mal ans Lager senden. Hier so Schädel. Und Achat und hier das Zeug. Und eine Ölflasche. Und die ganzen Bücher. Laute. So. 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 Das kann man auch verticken Das müssen wir gleich mal gucken, ob das für Astarion was ist Kann man vielleicht nochmal gebrauchen Können wir auch vielleicht nochmal gebrauchen Und wenn wir mal ein Baden haben Schriftrolle mit den Toten sprechen Ja, zack, kannst du auch haben Giftresistenz, kannst du auch haben Was haben wir denn hier noch, Milch? Hm Tauschen So, jetzt haben wir erstmal hier den Ring abgenommen Geben wir mal Ein Schattenherz Äh, Schattenherz, Schattenherz Hier, da Nein So, wir müssen erstmal hier raus So Probieren wir das mal, ob das funktioniert Na, hier ist der arme Tote wieder Muss man gleich wiederum wiederbeleben So Ähm Äh, hier Ach, das ist nicht nur ich, sondern alle Guck mal hier Alle haben das gekriegt Das ist ja Äh Echt gut Zwei Züge lang, ne Oder wie lang Zwei Züge lang Hm Aha Ein D4 Auf Angriffspfiffe Das ist ja wie hier die, äh Den hier, ne Ein Segen Nur, dass wir keine Konzentration brauchen Keinen Zauberspruch Ah, ja gut Den Zauberspruch schon, aber Ja Cool Cool, cool, cool Finde ich gut So, dann, äh Wo ist denn hier der Der Typie Gelb ist schon wieder irgendwas von uns Aber ich suche jetzt hier gerade mal den Den, äh Diesen Untoten Wo hängt der denn ab? Hier nicht Nicht erreichbar Da ist er Da ist er Da ist er Kann man kurz Will rausschmeißen The Devil with the Silver Tongue But his beloved daughter We can learn a lot from fairy tales Don't you think? He'll require of you only what you're least ready to part with And then require more still You might think you give up anything for a cure Also wenn einer das weiß Dann eher ne? Ja, ja The Blade stands at the ready And just when things will Zoom Fate Dost thou require a new Which of them dost thou This is the price of battle Thou Dost thou require anything else? Reis Na, wo ist er? Da ist er Hallo This vessel is at thy disposal Do what thou wilt Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ähm 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 Da ist er Da ist er Mal eben mal kurz gucken Habe ich ihn eigentlich vernünftig Hier Charakterbogen Ich muss ihn eigentlich mal ein bisschen umskillen, ne? Der braucht mehr Konstitution, damit der mehr aushält So, komm mal her Wir skillen dich jetzt mal um hier Du brauchst definitiv mehr Konstitution Und dann kann ich mir gleich noch die ganzen Kleriker-Sachen nochmal angucken Wenn ich ihn um das Geld habe Ähm Ähm Klassener So Er ist ein Kleriker Ja Domäne des Lichts hat in der E schon, ne? Was konnte das nochmal? Schütze dich im göttlichen Licht Angriffe im Nachteil Ja Alles klar Gottheit Äh Keine Ahnung Glitter Zacks Genomische Götter Passt doch Ja So hier Attribute Das ist das was wichtig war Weisheit ist okay Hier Carissa brauchst du nicht Brauchst eigentlich gar nichts außer Konstitution und Weisheit So hier Konstitution muss man auch noch Bonus kriegen So zack Brauchst sogar mehr Konstitution als Weisheit finde ich So jetzt haben wir hier noch neun Punkte Kannst du hier noch irgendwie So äh Keine Ahnung Hier Stärke Zack Dort ist alles völlig egal hier Ähm Ja Jetzt hat er hier noch einen Stufenaufstieg Ja, 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 ja Strahlende Sonne Seht ihr, guck mal Das ist doch geil Göttliche Kraft der Sonne bahnt sich die magischen Kreaturen in vollständiger Deckung Sind nicht betroffen Ja, ja, ja Mal untersuchen hier Zack Das mit dem, mit der Rüstung Ist schon nicht so schlecht So So Mh So, er braucht Er braucht, er braucht Diesen Zauber Gibt es so irgendwas, womit er sich selber irgendwie ein bisschen buffen kann, dass er mehr aushält Ne Ne Stufe 4 Kleriker Hier ein neues Talent Dann nochmal Attributsverbesserung Mehr Konstitution, damit du mehr aushältst, mein lieber Freund So So Und Zaubertricks Klingenbaden So Was haben wir hier Emotionen besänftigen Schutz vor Gift Gebet der Heilung Halt alle Verbündeten Halt alle Verbündeten, die du sehen kannst Ja, 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 ja Ja, 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 ja Warum auch immer So Quatschen wir mal mit Gail Naja So, was geben wir ihm denn hier Äh Ja, aber ich habe da was in der Truhe Ich muss das Ah, ja Wenn ich bereit bin, nicht früher Ja, 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 ja So Bleib Ich muss doch das Ding erstmal aus der Truhe holen Geh Krieg dich mal ein So Wir haben hier in der Truhe ganz viel Zeug Da kriegst du bestimmt irgendwas kannst du davon haben So Das ist, äh, keine Ahnung Ne Ähm Ein Krummsäbel Ähm Ne Zwei Rüstungsklassen Ne, das muss ich auf jeden Fall auch behalten Guck mal hier, den können wir dann nehmen Hier, das nehmen wir Hier, das kann man den schicken So Infernales Eisen nehmen wir auch mal mit So, brauchen wir bestimmt gleich, wenn wir in die Stadt reingehen So Wo ist du, Gail? Hallo Guck mal, ich habe was für dich gefunden Ja, ja, ja Ja, ja, ja So, ähm Ähm Ach, erzähl Ja, du bist ja Ding Guck mal hier Konjunktur? Ja, ja Das kann man sehen Aber Lass mich spielen The Devil's Advocate The man is too eager Do not dismiss his offer out of hand If there's one quality All the denizens of the hells in body It's ambition Quality they share with many humans come to think of it Hmm Hm I'm the funniest But Based on the evidence before us We can make certain deductions as to why he sought out our Merry Band Fact one There's something very strange and very powerful about our tabpoles Fact two A devil offers to take it away Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness Whatever Raphael wants Hmm We must be the key to getting it Along with our tabpoles So, I say for now We wait If I'm right Raphael will seek us out again And when he does There's a mighty parting to be made Remember his Cormerian rhyme? Down came the claw Perhaps we should start growing our nails Yep, 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 yep Oh, I'll have to speak slowly I find it quite difficult to concentrate on my condition Noring at my inside like a teething displacer kitten Du nervst So, here I have a magic sword That's the most gratifying to hear Yeah May I? Here Guck mal That's there Here, bitteschön Thank you And better Oh, good gods Yeah Yeah It hardly has any effect Oh, mister Have mercy on us all Listen, I need to speak to you To all of you You'll be unconscionable to remain silent I might just be about to remedy that You have to know who I was You have to know who I really am What I am Is a walking shadow of the promise I once held And what one might call a wizard prodigy You, from an early age You, from an early age Could not only control the weave But Compose it Much like a Musician Or a poet Such was my skill That it earned me the attention of the mother of magic herself The lady of mysteries The goddess Mystra She revealed herself to me And she became my teacher In time she became my muse And later even my lover Oh, yes We enjoyed each other's company Body Mind And soul But even so I desired more You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become We never scratch more than the surface of the weave Mystra keeps us in check There are boundaries she doesn't let us cross Yet, every time I was with her I stood on the precipice Gazing into the wonders that lay beyond I sought to cross her boundaries Quite I tried to convince her I pouted I pleaded I swore my ambition was only to serve her better She only smiled and told me to be contented Inconceivable as it seems to me now I shared a bed with a goddess And yet I wasn't satisfied So I sought to prove myself worthy to her instead We come now to the crux of my folly Shall I share the story behind it or would you rather head straight to its sordid finale Ähm Geradewegs zum Elend bitte Suffice it to say I obtained an obscure and ancient book That had locked away inside a much coveted prize Was a fragment of primal weave locked out of time Locked away from Mystra herself What if, I thought, what if After all this time I could return this lost part of herself To the goddess I was certain that this deed of raw power Draped in romance Would convince Mystra to take me by the hand And welcome me into her hitherto forbidden domains I was mistaken I obtained the fabled book And took it into my study As for what happened next Here Place your hand over my heart Let me show you You feel the tadpole quiver As you realise Gale is letting you in Into the dark You see through Gale's eyes Staring down the corridors of a dread moon Bound Bound And suddenly opened Inside there are no pages Only a swirling mass of blackest weave That pulses Its teeth, its claws Its unstoppable as it digs through And becomes part of you And gods is it ever hungry I'm sorry I'm sorry But I have to After all This is only the beginning This nethery's blight This orb, for lack of a better word Is balled up inside my chest And it needs to be fed As long as I absorb traces of the weave From potent enough sources It remains quiet Were it ever to fully destabilize However Rather worse, actually I will erupt I don't know the exact magnitude of the eruption But given my studies of nethery's magic I'd say even a fragment as small as the one I carry In a level of city the size of Waterdeep You might be able to draw on a king's collection of magical artifacts around the corner You might cross paths with a miracle around the bend Then again You might not All of this It must feel like a betrayal Say the word And we'll part ways Yeah, but no Um Das ist ein großartiger Rallyf. Aber es ist ein großartiger Rallyf. Ein großartiger Rallyf. Jo, jetzt wissen wir das auch, ne? So, mit dem haben wir geredet. Haben wir hier noch irgendwen? Ne. Mit Kalach haben wir geredet. Mit ihm haben wir geredet. Ihn brauchen wir gar nicht erst reden. Mit Astario und Burr. Was ist denn Shadowheart überhaupt? Woher, 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 woher die denn rum? Hier in diesem Pilz, Pilzding. Hier seid ihr, ihr drei. Kala? Wo ist denn Shadowheart? Die Verzogenheart? Hm. Hm. So. 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 Wo geht's denn dahin? zählt also hier du brauchst noch das war jetzt alles nicht ausgewählt das hatte diesen diesen zauber nicht mehr ätzend müssen wir das gleich noch der steht auf schilder hat guck mal hier so hier du musst jetzt leider noch mal geld ausgeben der koali zu blöd ist aber das machen wir alles ich denke mal auf kamera das musste ja nicht noch mal legen macht es mal gut bis zum nächsten mal und dann sehen wir uns hier wieder